Morgengrauen Morgengrauen Wenn Stille über den Weingärten herrscht, dann ist es das rhythmische Motorengeräusch eines Traktors, das uns den Tag verkündet. Ruhe Geduld Ein guter Wein wird geboren. Mein Vater sagte stets, wie wichtig es sei, unsere Umwelt zu beobachten. Sie spricht mit einem. Sie setzt ihre Zeichen und verlangt nach unserer Aufmerksamkeit. So sollten wir unsere Entscheidungen, die wir gemeinsam treffen, von unserer Natur abhängig machen. Hand in Hand arbeiten wir als Familienbetrieb, um unseren traditionellen Prögelhöfern herzustellen, wie es bei unseren Vorfahren bereits seit 1771 der Fall ist. Denn ein wertvolles Familienerbe will bewahrt sein. Unser besonderer Wein stammt aus dem idyllischen Weinviertel der Weinstadt Retz in Österreich. Bis auf die externe Unterstützung bei der selektiven und schonenden Handlese werden alle Tätigkeiten zum Weinanbau und der Winifizierung innerhalb unserer Familie vollzogen. Wenn altes Wissen und moderne Technologie sich miteinander verbinden, bedeutet dies Fortschritt. Eine kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeitsweise zur Herstellung eines exzellenten Weinprodukts. Mittels modernster Technik wird unser Wissen auf effiziente Art und Weise in die Praxis umgesetzt, um das beste Ergebnis aus jeder einzelnen Traube zu gewinnen. Bei der Verkostung unseres Weines achten wir gewissenhaft darauf, gemeinsam mit unseren Kunden den Wein ihres Geschmacks auszuwählen und beraten diese nach ihren individuellen Wünschen. Seit über 200 Jahren ist es in der Familie Tradition, den Weinbau zu vervollkommenen. Jahrhundertelanges Wissen wird von Generation zu Generation weitergereicht, um die Qualität unseres guten Weines auch zukünftig zu erhalten. Somit garantieren wir mit unserem Namen, dass Altes bewahrt bleibt, um sich mit dem Neuen zu vereinigen. Gemeinsam einen Weg für die Zukunft ebnen. Aus Liebe zum Wein. Aus Liebe zum Wein. Aus Liebe zum Wein. Aus Liebe zum Wein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020